Willkommen zurück zu Monster Hunter Try und wir sind immer da beim Ratterlaus und statt einfach die Falle zu legen, hauen wir lieber alle drauf. Weil Alex das gesagt hat, weil der sagt Nein, ihr dürft nicht kippen! Töten ist viel geiler! Ja, das haben wir eben gesehen. Wo wir ihn eigentlich schon fast hatten. Warte, da liegt ne Falle. Wo liegt ne Falle? Äh, Verbindungsf... Fuck. Bei der Datenübertragung ist ein Fehler aufgetreten. Die aktuelle Quest wird beendet. Du kehrst in die Stadt zurück. Fehlercode 11668? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nö, nicht gut. Ist das der gleiche Fehler, den der eine gerade eben hatte? Ja, anscheinend schon. Nein! Jetzt mal das so ein ähnlicher. Wir stehen heute unter einem schwarzen Stern. Hey! 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 Oh! Wollt ihr mich eigentlich alle verarscht? Ne. Eigentlich nicht. Die Ratterlaus Quest, die machen wir nicht mehr. Ihr habt sie jetzt gesehen, ihr wisst jetzt wie das geht und wir machen nicht mehr. Denn immer wenn wir diese Quest machen... Ja, jetzt wird ja noch aus der Stadt gekickt. Pass auf! Hey! Für die Menschen! Ja, jetzt habt ihr das auch mal gesehen, wie das so aussieht. So, dass du wieder haben. Verdammt! Und wenn jetzt schon wieder Verbindungsfeder kommt, dann könnt ihr mich mal kräftig am Arsch lecken. Dann gehe ich nach Hause und spiele PC. C. Ich weiß aber nicht was. Deshalb bleib ich trotzdem hier. Hm! Lorenz! Wir waren in Stadt 5. Die ist leer! WTF?! Ach, seien ja auch alle weg! Ja, seh ich! Ha! Okay! Ähm, ich mach hier mal kurz ne Pause. Schon wieder? Ja! Okay! Fuck! Alles klar, weiter geht es! Ähm, wir machen jetzt nicht nochmal die Rathalos Quest. Mann, warum? Irgendwie steht die unter einem schwarzen Stern! Stattdessen machen wir weiter in unseren Highrank-Quests und dieses Mal ist wieder der Kurpeko dran, aber diesmal keine Cap-Quest, sondern die Kill-Quest spielt mit dem Feuer-Highrank-Variante. Und nachdem Dennis gerade eben wieder den Rathalos verkackt hat, darf ich jetzt... Verkackt? Wir sind perfekten Verbänderspieler 1-1-6. Ja, also ich sag, ich sag, man merkt schon, dass Capcom die Server nicht mehr warten will. Ich will auch zum Kaugummi. Meiner hier. Okay, ähm, lecker mit Papier. Ich dachte gerade erst, das wäre nur das Papier, aber... Das ist ein wundervoller Pfeifgamm. So, ich bleibe mal kurz stehen. Während der seine Fiecher hat... Dinger hat war. Dinger hat war. Mir egal. Nicht spricht man die Fiecher nicht aus. Mh. Na Habra, glaub ich. Ich bin der Abba-Hand. Bin der Abba-Hand. Na, oh. Was ist das für ein Sorte-Kommi? Mh. Wassermelung. Mh. Mh. Pfeifgummi. Gumm. Ah ja, cool. Mh. Mh. Wie viel kostet das Kilo? Mh. 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 Du kaufst hier auch ein Kilo, oder? Mh. Ich hab so viel zuhause. Das wollen wir. Wie alt sind die Alge-Rüder? Zusammen. Zusammen. Genau. Ist das A? Und zwar, wie alt sind wir am 11.12.2013 zusammen? Warte. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Nein. Da sind wir schon 35. Oh. Und jetzt fragen sich einige Hörwig an das, sondern die Zahl ist gar nicht durch zweiteilbar. Ist wohl. Jede Zahl, also die meisten Zahlen sind durch zweiteilbar. Mein Handy hat Hybrid gebriert. Das ist so voll montiert, montiert. Und wer ist dran? Ich hätt gern, dass er mal Hilfe ruft, der Gruppeco. Hey! Und? Ja! Wer kommt jetzt? Ja! Malgo sagt schon nein, ich sag schon ja! Ja! Wo ist er? Komm schon! Komm schon! Scheiße! Ah! 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 식 Tank Buchstrak! Und! Musik Schadaus, ​​​ tut Doch ich find das sehr schade! Dez u OS ich weiß es nicht ich meine ist ja muss sein der eine halt naja der sns spieler der krasse lärmung der hat kein langschwert er hat den es meister und zwar das google high rank varianten zeug ja hier ist doch schön schön das gut doch das immer eigentlich ist eigentlich am besten wenn man immer ein haupt der element schaden macht und die anderen anders um einer der stadt schaden macht und die anderen elementen es wäre besser wenn 2 3 elements drauf ein paar drei mit schlafen ein und nur schieft in großschweig und dann das hat schlafen weg und und 4 oder scheiße auch mehr da gab es mir weggefallen scheiße war er wie kennt das mit dem fest wir haben die Kammer auf der Küche es kämpfen macht aber keine noch viel schneller die will ja noch so mehr kommen können wir können wir dir das Monster mit dem du auf das du dich so freust mit einem Backmachen nein warum mit einem Back mit einer nein wir werden nicht den Glitch hier anwenden doch das sind Glitches Glitches und all die Bitches und all die schöne Leute deine Reime sind so schlecht ey ganz ehrlich so Glitches und diese Bitches darfst du euch was vorsingen nein darfst du nicht selbst produziert das von Mann der Verhof und ich glaube auch dass sie nachher war ein Plan und auch nicht auf Facebook leiten aber auch auch abgüttet ihr und auf 2.0 Pages besuchen BWB die Eidiger Punkt d.de.to und www.di-buddo.de 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 Diese Seiten werden nicht von uns geführt genau, sondern von unseren schönen, wundervollen Abonnenten, die sich dafür interessieren und es irgendwie Ahnung davon haben uns wurde auch angeboten eine Handy-App zu machen aber die funktioniert leider nur auf AI-Produkte, also das reicht doch Pupen EI Live iPhone EI oder EI ist es ich hatte einen Abstimmung verpasst, aber davon wir eine wunderschöne Aussicht Endgüter Über den See es muss der Chor wir haben kein Chor du bist der Chor warum muss ich der Chor sein mit gleich dem Gollum Tanz vor den Gollum Tanz vor das ist der Opa Gandalf Style nicht der Gollum Tanz ist dir aufgefallen dass wir irgendwie nicht mehr gern aufsteigen ist dir aufgefallen dass wir uns gerade eben schon mal gemacht haben das ist auch schon was ja und damit bis zum nächsten Part von Monster Hunter 3 bis dann und tschüss